Thomas Lüttich ist ein deutscher Pool-Bellad-Spieler. Er wurde 2008 deutscher Einzelmeister. Karriere Bei der Deutschen Meisterschaft 2005 gewann Lüttich mit Silber im 14-1-Tel-Endloss und Bronze im 9-Ball erstmals Medaillen einer Deutschen Meisterschaft. 2006 belegte er lediglich im 9-Ball den 13. Platz. 2007 wurde er Dritter im 14-1-Tel-Endloss und im 9-Ball und Neunter im 8-Ball. Bei den Swiss Open 2007 erreichte er mit dem Achtelfinale sein bestes Ergebnis bei einem Eurotour-Turnier. Wenige Monate nachdem er mit der Mannschaft von Hannover 96 in die zweite Bundesliga aufstieg, erreichte er bei der Deutschen Meisterschaft 2008 den größten Erfolg seiner Karriere. Er wurde deutscher Meister im 9-Ball. Außerdem wurde er Dritter im 8-Ball und Fünfter im 14-1-Tel. Bei der EM 2009 verlor Lüttich erst im Viertelfinale gegen den späteren Europameister Dimitri Django mit 92 zu 125. Außerdem erreichte er bei der Mannschafts-WM 2010 mit dem Team Deutschland 2 DK Sekunden Viertelfinale. In der Saison 2008-09 wurde er darüber hinaus mit Hannover 96 Meister der zweite Bundesliga und stieg somit in die erste Bundesliga auf. Dort belegte die Mannschaft 2009 Zehntel den fünften Platz. Bereits im Herbst 2009 gewann er bei der Deutschen Meisterschaft Bronze im 8-Ball und wurde Fünfter im 14-1-Tel endlos. Seitdem kam Lüttich bei deutschen Meisterschaften nicht mehr unter die 16 besten Spieler. Seitdem kam Lüttich bei deutschen Meisterin abfüllen. Seitdem kam Lüttich bei neuen Meisterin aus dem Kampus geht. Untertitelung des ZDF, 2020